Ja, willkommen zurück zu das Kurz-Online-Spiel, wo wir uns gerade mit den Antiquariats-Dingern auseinandersetzen. Das ist doch irgendwie komplexer als gedacht. Also ich hatte davon kurz in den... Also ich hatte irgendwie so einen Artikel gelesen. Und das wurde als relativ... Also sie haben sich irgendwie gesagt, sie haben sich viel Mühe gegeben. Offenbar ist das die Stelle. Zeit, die Antiquität auszugraben. Und sie meinten, sie haben das ein bisschen aufwendiger gemacht als die sonstigen Suchdinger. Und ich gebe zu, das stimmt. Denkt daran, vorsichtig vorzugehen. Verwendet für jede Stufe der Ausgrabung das richtige Werkzeug und lasst euch Zeit. Äh... Selbst vorsichtiges Graben kann zu instabilen Schächten führen. Also achtet auf die Stabilität. Hö? Wir sind bereits auf dem Boden der Grube angelangt. Okay. Achso. Oh, ich habe noch 9 Stunden und 36 Minuten Zeit. Hä? Und da ist das Ding jetzt? Oder wie? Ich glaube, ich bin noch wie zu doof dafür, ne? Es könnte sein, dass ich nicht mehr die aufgepasst habe. Sagt man das dann halt, wo es sein wird? Hä? Hä? Also ich meine, das ist ein bisschen wie Mainzweep. Also da über, wo es... Hey, wir haben tatsächlich die Gegendstelle entdeckt, aber nicht die Gegendstatt selber. Aber hier ist das Lobby, oder? Ausgabung fehlgeschlagen. Hä? Aber... Denkt daran, vorsichtig vorzugehen. Verwendet für jede Stufe der Ausgrabung das richtige Werkzeug und lasst euch Zeit. Selbst vorsichtiges Graben kann zu instabilen Schächten führen. Also achtet auf die Stabilität. Aber was hat die Farbe zu bedeuten? Das ist nicht? Kann ich irgendwie so abscannen? Also... Hä? Das ist mir beim besten wenigstens gerade nicht so richtig klar. Jetzt haben wir einen zusätzlichen Gegenstand gefunden. Das ist ja schön. Und jetzt? Hä? So, wenn man das Ding hat... Ich verstehe das nicht. Ich, 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 ich. Okay, jetzt haben wir die Gegendstelle gefunden. Aber wie es genau funktioniert? Äh, ja. Also ganz hinterher kommt natürlich noch nicht. Aber gut, dass das ein intensives Tutorial hat. Ich werde das bestimmt nochmal neu probieren können. Ja, habt ihr es. Nun seid ihr eine richtige Antiquarin. Anscheinend habt ihr auch das nötige Talent dafür. Übt einfach weiter mit dem Auge des Antiquars und meistert diese Ausgrabungstechniken. Ich bin zuversichtlich, dass ihr im Nu Relikte von unschätzbarem Wert bergen werdet. Ähm, ja, toll. Und was mache ich jetzt als nächstes? In die Welt hinauslaufen, oder was? Ich würde mich bei Verita melden und sie wissen lassen, dass ihr erfolgreich eure erste Antiquität extrahiert habt. Erwartet nicht zu viel Lob. Doch glaubt mir, dass sie entzückt sein wird. Sobald ihr euch gemeldet habt, sucht weiter nach Relikten. Man muss die Zeit nutzen, wisst ihr? Mitte der erste Abscannon, wo man buddelt. Man hat ja immer ganz Buddelzeit. Ja, die Buddelzeit geht aber auch immer runter, wenn ich, wenn ich gebuddelt habe. Und das war ja auch so ein Test. Und das ist irgendwie, das wird zwar irgendwie in Stunden gemessen, aber das, also die Zeit ging ja nicht runter, während ich nichts gedrückt habe. Dann gab es irgendwie noch die Lebenspunkte, aber die waren in diesem Fall irgendwie egal, weil es sowieso nur zwei Etagen gab. Ähm, ja, ich könnte das jetzt nochmal mit dir durchgehen. Und ich, ich mochte sie, glaub ich, das ist halt so ein fröhlicher Mensch. Bretone wahrscheinlich, ja. Ja. Es steht, dass hier noch andere rumstehen in der Luft, wo sie sich rumtippen. Ein tolles Artefakt, dieses Auge des, äh, Dingens. Hat sich übrigens gerade erstaunlich langgezogen, dieses ganze Antiquar-Ding, ne? Ja, total. Na, wenn man das denn will. Ihr habt noch eine Menge Arbeit vor euch, Antiquarin. Findet ihr nicht auch? Ehrlich gesagt sind wir alle ziemlich beschäftigt. Doch ich schätze, ich kann mir noch etwas mehr Zeit für unsere vielversprechendste Initiantin frei machen. Gibt es etwas, wobei ich euch helfen kann? Äh, Entscheidungsfindung? Das liegt ganz bei euch. Welche Kulturen wecken eure Neugier? Welche Region von Tamriel wolltet ihr schon immer mal besuchen? Oder, wenn es euch nur um den Reichtum geht? Welcher Gegenstand bringt den größten Preis auf dem Markt für Dinge aus zweiter Hand? Die Wahl liegt bei euch. Ähm, ja, irgendwelche anderen Tipps? Nun, der Antiquitäten-Kodex enthält nur jene Antiquitäten, von denen wir derzeit wissen. Wenn ihr selbst eine einzigartige Entdeckung machen wollt, müsst ihr eine entsprechende Spur finden. Etwas, was euch einen Ausgangspunkt für die Suche bietet. Na gut, irgendwelche Ideen. Nahezu überall, wenn das zu glauben ist. Verstaut in Truhen, in den Taschen von Banditen, verborgen in staubigen Ruinen. Dann erkundet einfach Tamriel, wie jeder andere Abenteurer auch. Und ihr werdet welche finden. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Feature, ne? Das ist, glaube ich, für alle Spieler. Obwohl, das ist nicht für alle Spieler. Du musst Greymoor kaufen, weil du kannst es ja hier nicht annehmen. Aber es ist an sich ziemlich geil. Also, das ist auf jeden Fall wesentlich spannender, als das, sagen wir mal hier, das ist mit dem Augur, das ist unsichtbar, oder warum man das vier eigentlich hieß. Der hat zwar ein paar coole Sprüche abgelassen, aber an sich war der halt relativ langweilig. Und hier ist halt wieder ein extra Menü. Da hast du welche sinnlosen Minispiele, die bestimmt nervig werden nach dem dritten Mal. Aber an und für sich, das klingt so ein bisschen, als hätte sich da wirklich jemand Gedanken gemacht, ne? Na gut, das ist das, was für Gegenstände werde ich da draußen finden. Wahrscheinlich alles Mögliche. Die möglichen Anwendungen unserer Entdeckungen sind schier endlos. Ihr findet vielleicht Gegenstände, die man bei sich zu Hause ausstellen kann. Oder entdeckt eine lange vergessene Technik, den Körper zu schmücken. Vielleicht merkt ihr sogar Schmuck oder Rüstungsteile, die von Arcana Macht erfüllt sind. Und was war das Beste, was jemals gefunden wurde? Eine Truhe voller Goldtubletten? Oh, da kann ich mich nicht entscheiden. Jedenfalls hat mein Interesse an diesen Gegenständen weniger mit ihrem Nutzen zu tun, als mehr mit ihrem historischen Wert. Amalien hat geschworen, sie hätte Teile eines mechanischen Reittiers gefunden. Doch das klingt für mich etwas abgehoben. Oh, das ist wahrscheinlich der nicht ganz so subtile Hinweis darauf, was hier so die Entgelung ist. Das klingt nach Quine in der Tat so ein bisschen, ne? Also ich werde das mal exemplarisch... Achso, guck mal, jetzt haben wir die direkte hier. Das ist geschnitzterneuische Anhänger. Also ich werde das mal exemplarisch machen, nehme ich mal an. Und ich schätze mal, mindestens in spätestens einem Monat ist hier das Add-on, was ich hier benutze, um die Bücher anzuzeigen, wahrscheinlich auch soweit geupdaled, dass die Dinge einfach angezeigt werden, dass du dir das ganze Minispiel komplett sparen kannst, was da ein bisschen schummeln ist, technisch gesehen, ne? So, egal. Auf jeden Fall, das war jetzt der Antiquarian-Zirkel. Hat sich jetzt ein bisschen über anderthalb Episoden gezogen. Aber ich habe ja zum Glück, dass... Auf YouTube gibt es ein neues Kapitel-Feature. Also was heißt neu? Das gibt es schon seit einiger Zeit. Aber ich habe irgendwie den Tag jetzt mal gelesen, dass es jetzt das auch für alle anderen Leute gibt. Also dass es wirklich jeder benutzen kann. Dann kannst du halt unten in der Videobeschreibung so ein paar Time-Codes quasi packen. Das ist hier nur... Oh, Tapfersee und Robuste Körper. Dann kannst du die Time-Codes reinpacken, dann kannst du halt in den Videobeschreibung... Dann haben die halt so eine Teile und dann kannst du halt Kapitel teilen. Und das ist halt sehr praktisch, um so eine Sache wie das hier, die einen Nebenquest von der anderen zu unterscheiden. Das ist quasi auswehbar. Das ist nicht schön. So, gucken wir mal das nächste Ding hier. Tapfersee und Robuste Körper gesucht. Wir haben ein neues Buch entdeckt. Das ist ja schön. Tapfersee und Robuste Körper gesucht. Die Jaltümer des westlichen Himmels rasten, werden von mannigfaltigen Plagen eingesucht. Wir suchen tapfere Seelen, die bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Für Gold und Hoben, sowie für die Bewohner von Hafingar, Chalmarsch und Karthalt. Sprecht mit Silgerett der Pfandleire in der Stadt Einsamkeit, wenn ihr mehr erfahren wollt. Das ist ja großartig. Das klingt schon wieder so nach Endlos-Quest, oder? Das ist eine Endlos-Quest, oder? Ich bin froh, dass ihr diese Angelegenheit mit dem Bluthund ein Ende bereitet habt. Alle Bosmer stehen in eurer Schuld. Bluthund. Oh, da bin ich mich gar nicht mehr erinnern. Ist es eine Endlos-Quest? Ist es eine Endlos-Quest, ist die große Frage. Wer ist denn hier der... Also der Quest-Fall ist halt genau hier, ne? Mischtecke ran? Ne, Mischtecke her. Aber egal. Schneider, Winfried. Lederon. Die Pfandleire, komm ich hier rein? Nö. Also mein Quest-Fall ist hier, mit dem ich hier laut Beschreibung quatschen soll, ist nicht da. Tja. Die Milchrandwache sieht übrigens gerade extrem gefährlich aus. Wie bleibe ich es an, ne? Ist hier vielleicht die Pfandleire? Ne, Minder. Gepäckhändler? Oh, Gepäckhändler. Was kostet das noch? Ich bin mal in einem. 55.000 für 10 Plätze mehr. Hast du schon echt viel, ne? So, äh, ne. Ne, 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 ne. Jetzt habe ich gerade nicht so die Not zu. Um die hier in direkt. Präsidents-Überreiches-Überreiches-Überreiches-Angelegen. Ich glaube, mein Pfandleire komme ich hier auch nicht näher. Sprech mit Sekret der Pfandleire. Ich dachte, ich hätte die irgendwo schon woanders schon gesehen. Ich könnte hier meinen Appentäter, wenn ich wollte. Da haben wir ja Dinge stehen. Aber auch das ist nicht so richtig gemein. Ist ja echt ein Ding, dass egal, wo ich hinkomme, immer irgendwo jemand rumsteht. Der fegt. Äh. Das ist natürlich die gerade hier kommen will. Hm. Keine Ahnung, wo mein Quest ist, bis sie gerade der Meinung war, er müsste die spawnen. Ich finde es auf jeden Fall kein feiner Schluch. Na gut, dann können wir das hier leider sprechen. Sie wird der Pfandleire. Ja, aber die ist hier nicht. Oder ist die irgendwo anders? Die Karte ist irgendwie diese relativ ungenau. Na gut, ähm, denn unabhängig darf. Und das haben wir jetzt erstmal wieder alle Nebenquests geschafft, die in Einsamkeit drauflangen. Außer das hier. Wir suchen... Wir suchen mal Glücksritter und alle, die es werden wollen. Irgendwann am anderen Mal noch. Das ist auch bestimmt wieder auch. Dann machen wir erstmal die Hauptquest weiter. Mechanischussreit hört sich gut an, ne? Ja, aber leider auch anstrengend. Dann muss ich erstmal... Nächsten natürlich in die Armbeuge, wie sich das gehört. Auch zu Hause, damit es gewohnt wird. So, tut sich an, wie wir hier. Teppich... Ah, er findet die verlassene Hütte. Die ist zum Glück hier den Hügel hoch. Das ist unser Hauptquest. Wir müssten da eigentlich ihre Liris treffen. Danke. Äh. Und dann sind wir weiter auf der Spur nach dem Komplott, das sich hier angeblich entwickelt. Wobei eigentlich noch nichts genau ist. Und wir haben eigentlich keinerlei stichhaltige Beweise. Warte, ist das der Pfad nach oben? Oh. Ne, ist er nicht. Das ist Trampelpfad. Wir haben eigentlich noch keinerlei stichhaltige Beweise, die irgendeinen Komplott wirklich hinweisen. Außer, dass jetzt diese eine Wache zwischendurch mal ein bisschen Ärger angegangen hat. Und dass hier Fels-Troll-Steinwerfer umherlaufen. Was hab ich denn jetzt hier schon wieder gekriegt? Achso. Ich habe das auch gut gefunden. Ach, schön. Äh. Ja. Andere Leute kümmern sich schon da oben. Und wir suchen gerade die Hütte eines Bretonen, der in der Stadt war, um Arbeiter anzuwerben. Der war im Gegensatz zu den restlichen Männern des Regs, die zum Beispiel die Plakate angehangen haben, war der wesentlich freundlicher und umgänglicher. Was ein bisschen um Fennig. Fennig sind tolle Tiere. Äh. Und das ist auffällig, weil die Reg-Leute waren halt ziemlich grob und waren halt nicht so gut darin gewöhnt, hier so mit Stadtvolk zu reden. Und dieser Jena-Betone, von dem wir gehört haben, der war halt irgendwie, naja, Wortschmied quasi. Also wir müssen vielleicht zum Rest. Jetzt müssen wir noch irgendwie hoch zu dieser Hütte kommen. Ich glaube da rechts der Pfad, da ist eigentlich viel Gespräch noch. Also wir gucken mal, ob der Pfad hier links lebt und was so bieten hat. Ähm. Pentach-Zarus. Äh. Wer ist er denn? Ich warte mal kurz ab, bis sich hier mal das, das, das die Luft legt. Ich weiß ja nicht, ob der zu mir dazugehört. Untersuch die verlassene Hütte. Er kommt, er soll bestimmt da sein, wenn ich hier rauskomme, oder? Gorns Hütte. Ach, Gorn ist auch hier in diesem Spiel. Das ist ja schön. Äh. Blut. Eine Menge Blut. Nee, warte, das stug gar nicht. Das ist einfach nur ein Kufel. Blut. Ach nee, Kufel. Klar. Brief an den Pentach. Pentach-Zarus. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Mein bretonischer Bruder, wir können mit dem Ritual beginnen. Schickt die aktuellen Lagen zum Tempel von Kilkreat. Schwester Ambrit wird sich darum kümmern. Ja, macht die Sache gut. Wartet auf meinen nächsten Befehl. R. Ja. Ich dachte eigentlich, wir würden so ein Dürriss hier treffen. Es pennt euch Zarus, ob wir der Typ, der hier vor der Toast-Tür stand. Okay, der Typ, der hier dreimal tot vor der Toast-Tür liegt. Wird der jetzt noch spawnen? Ich wäre jetzt kurz vor so... War der Vampir? Ja. Ja, auch wenn er gerade ein bisschen starre in die Landschaft guckt, er sieht sehr aus wie ein Vampir. Hm. Na gut, er ist doch tot. Schade eigentlich. Er hätte uns bestimmt noch was gesagt. Das ist das Problem, wenn du andere Spieler hast. Ich will nicht mal kurz nochmal wie spawnen, aber wahrscheinlich wäre der doch vorher in der Hütte gewesen, oder? Ja, sicher gleich, wenn ich bei Luris dann behaupte, dass ich den Genetiven... Oh, nein. Äh. Dann werde ich... Ich werde gleich sehen, ob ich bei Luris behaupte, ich hätte gegen den Pentor Zarus gekämpft. Der hätte mir irgendwelche tollen Sachen gesagt, für die ich gar nichts gehört habe. Ist Luris auch tot? Ne, hier liegen tote Regekse rum. Hier drüben, Partnerin. Äh. Ob die Regekrieger sich das so vorgestellt hatten? Alles, was ich gefunden habe, waren diese Regemannen, die auf dem Pass herumschlichen. Sie wollten lieber sterben, als zu sprechen, also leistete ich ihrem Wunsch Folge. Sie sehen nicht so aus, als kämen sie aus Eiscap, aber sie tragen die Medaillons des Zirkels. Und, habt ihr die Hütte gefunden? Ja, das ist... Ich hab hier diesen wunderschönen Brief gefunden, der nicht sachbar die Leute anscheinend nur mit Initialen unterschreiben. Kilcreat? Der Tempel von Meridia? Wieso sollte der Eiscap-Zirkel einen örtlichen Daedrischen Kult angreifen? Naja, weil das irgendwie immer die Daedra im Spiel sind und Meridia meistens dann im Spiel ist, wenn die anderen Daedra eingreifen, um als Gegenkraft zu dienen. Genau zusammen mit Asura. Kennt man doch so, oder nicht? Ja, sie wollen ja ein bisschen ein Ritual anfangen mit der aktuellen Ladung, was wahrscheinlich die Handwerker sind, von denen wir gehört haben. Verdammt! Uns läuft die Zeit davon. Ich werde zurück nach Einsamkeit reisen und versuchen, Großkönigs Vagrim zu warnen. Ihr reist zum Tempel von Kilcreat und alarmiert die Priester von Meridia. Ich treffe euch dort, sobald ich kann. Ich ahne, das ist darauf hinaus, dass ich die Leichen der Priester von Meridia alarmieren werde, wie es immer ist. Naja, das ist ja die Priester, aber nicht das Ritual aufzuhalten. Wahrscheinlich finde ich lauter Zombie-Priester vor. Ihr würdet euch dem Zirkel allein stellen müssen. Warnt die Priester. Wenn es eine Gelegenheit gibt, das Ritual sicher aufzuhalten oder zu verzögern, so tut das natürlich. Geht nur kein unnötiges Risiko ein. Ich will nicht noch eine Partnerin verlieren. Viel Glück. Noch eine Partnerin? Bisher hast du noch einen Partner verloren. Ja gut, wir treffen uns dann am Tempel von Kilcreat. Das kann doch gut werden. Ja, denn das Volk der Straße ist das so schön. Die Straße, die mit riesengroßen Punkten gekennzeichnet ist. Was haben sie denn mit der Karte? Haben sie auf den Baum gefahren? Naja, das ist diese riesengroßen... Das sieht halt einfach komisch aus, ne? Also jetzt nochmal in der Minimap sowieso, weil die hat ja eine bestimmte Zoom-Stufe, die ich glaube ich im Sumpf angepasst habe. Der Sumpf war glaube ich ein bisschen klein, dass wir die Zoom-Stufe ein bisschen zutreffen, ne? Das könnte ich eigentlich mal anpassen. Moment, äh... Ein kurzer Moment der gute Geduld. Wann ist das Wotans Minimap, die ich gerade benutze? Ja, ist er. So, ich habe jetzt übrigens rausgekriegt, was dieses Lip-Havens-Add-On-Settings macht. Das sorgt nämlich dafür, dass die Settings hier sind. So, in der hier muss ich mal ein bisschen den Zoom reduzieren. Na, sieht jetzt irgendwie besser aus, aber naja. Watz, watz. So, den Wegpunkt soll ich vielleicht auch noch mal entdecken. Vielleicht müssen wir hier nochmal hin. Man weiß ja nie. Oh, ist das das mechanische Reitier, was erwähnt wurde? Sah auch ein bisschen so aus. Bin mir sicher, dass das schon viele Leute haben, wenn es halbwegs fancy aussieht. Da gibt es ja schon so Geiz für, ne? Muss ja eigentlich nur mal einer suchen. Das überrascht mich überhaupt nicht. Das ist das... Warte mal. Moment mal. Der Trailer. Am Anfang von diesen Add-On. Saß der Typ mit einem Buch auf dem Rücksitz. Genau der. Bin mir fast sicher. Äh, ja, aber ich soll die Priester warnen. Es tut mir leid. Aber ihr kommt zu spät. Ein unnatürlicher Sturm ist über den Tempel hereingebrochen. Und nun ist das ganze Gebiet überlaufen von Vampiren und Gram und Holden. Ja, das ist ja schade. Wer bist du? Gram und Holden sind wilde Vampire. Ein Nebenerzeugnis eines wieder natürlichen Gram-Sturms. Was mich anbelangt. Ich bin Phenorian vom Haus Rabenwacht. Ich bin einer Spur von sterblichen Überresten aus einem Massengrab in Bancorei hierher gefolgt. Sie wurden in uralten Urnen nach Einsamkeit verschifft. Überrat so aufhört seine Augen sehen wirklich ein bisschen komisch aus, ne? Haus Rabenwacht. Äh. Ist ja noch ganz menschlich. Ja, die Urnen. Ja, von denen habe ich gehört, ne? Die wurden geschmuggelt, ne? Eiskapp-Zirkel? Fragezeichen. Da greift er mich gleich an. Ja, ich bin dem Zirkel auch begegnet. Die Urnen und die gestohlenen sterblichen Überreste spielen eine Rolle bei dem Ritual, um die Stürme zu rufen. Wenn ihr dazu bereit seid, so könnte ich eure Hilfe brauchen. Ich muss meine Untersuchung der Städte abschließen und so vielleicht noch mehr erfahren. Ja, und was soll ich da machen? Also schön, dass wir übrigens so genau werden den Personen vertrauen, die wir gerade vor der Straße kennengelernt haben. Ich könnte eure Hilfe brauchen, um die seltsamen Dorne zu untersuchen, die um den Tempel aufgestellt wurden. Gram und Holde und Vampire streifen hier herum, sodass es schwierig ist, sich den Dornen zu nähern. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Wisst ihr, ich habe wenig Vertrauen in meine Kampfkünste. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde er wenig Kampfkünste, wenn er seine Aufmachung und alles. Na gut, was genau passiert? Oh, das darf ich mal entfragen, da immerhin. Der Eiskapp-Zirkel hat ein Ritual durchgeführt. Mittels dessen ein Gram-Sturm über dem Tempel entfesselt wurde. Er brach ohne Warnung los und löste sich so schnell auf, wie er begann. In seinem Nachgang ließ er jedoch Gram und Holde zurück. Unschuldige Priester und Pilger, die in Ungeheuer verwandelt wurden. Man möchte eigentlich meinen, dass der Glaube an Meridia einen gewissermaßen schützt vor solchen Sachen. Ansonsten sind die entsprechenden Dädra und die Götter ja nicht. Aber zumindest die Dädra sind eigentlich so ein bisschen halbwegs hinter ihrem Priest hinterher. Jetzt nicht so unglaublich rührend und mit jeder Schritt nachverfolgt, aber so im Krumm und Ganzen gelegentlich schon so ein bisschen. Na gut, wir werden das Gespräch immer vertiefen beim nächsten Mal. Ach schon, war der Cut im Dialog. Schön, schön.